Mir hat es halt eben ganz geaugt, dass die Atmosphäre gut war in der Firma, dass wirklich alle Leute viel nett waren. Lust auf einen coolen Job in der Salzburger G? Wenn ja, dann sind sie hier genau richtig, denn die Salzburger G nimmt jährlich Schulabsolventen auf, die Karriere machen wollen. Weil wir super Jobs für Techniker, innovative Jobs anbieten und auch im erneuerbaren Energienbereich tätig sind. Also es ist auch von daher total spannend, in diesem Bereich zu arbeiten, weil wir eben Infrastrukturanbieter in Salzburg sind. Wir sind regional verwurzelt und leben das auch. Und wir bieten zum Beispiel immer wieder Ausbildungsprogramme für HAC und HTL-Absolventen an und freuen uns eben, wenn wir zahlreiche Bewerbungen dafür kriegen und die besten Schüler für uns gewinnen können. Die Besten der Besten für das Unternehmen zu begeistern, ist das Ziel der Salzburger G. Denn das Unternehmen ist sich seiner Verantwortung gegenüber ihren Kunden bewusst. Die Salzburger G ist ein innovativer Arbeitgeber. Wir schauen in die Zukunft, passen uns den Bedürfnissen der Kunden an und entwickeln immer wieder neue Berufsbilder und Jobs und sind deswegen auch so attraktiv, weil man super Weiterentwicklungsmöglichkeiten hat bei uns. Ein super Kennenlernprogramm hat man, wenn man vorab schon ein Praktikum bei uns macht. Schüler können zum Beispiel schauen, ob die Salzburger G, was wäre für sie, indem sie bei uns ein Praktikum machen. Wir bieten zahlreiche Praktikumsplätze, vor allem im Sommer, an für Schüler von der HTL und zum Beispiel HAC. Und da kann man dann eben reinschnuppern. Bei uns ist es total toll und ein einmonatiges Praktikum machen. Und viele, die bei uns ein Praktikum gemacht haben, sind überzeugt, dass sie sich für das richtige Unternehmen entschieden haben. Ich bin jetzt zur Zeit Leittechniker beim technischen Service. Also ich mache eigentlich die Fernsteuerung für Kraftwerke, Umspannwerke, Gasstationen. Und ich muss sagen, mir gefällt die Arbeit sehr gut. Ich komme in ganz Land Salzburg rum. Ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun, sehr gute Leute. Es sind ja schon teilweise Freundschaften entstanden. Und ich bin sehr froh, dass ich dazukommen bin. Also ich konnte mich auch ein bisschen vorstellen. Die Salzburger AG ist eine sehr interessante Firma, dass sie sehr vielseitig ist und man sehr viele verschiedene Arbeiten ausführen kann. Durch meinen Wunsch, Software-Entwickler zu werden und die Salzburger AG dann gesucht hat, war das für mich die perfekte Chance, um in diese Firma zu kommen und meine Arbeit dort auszuführen. Die Salzburger AG bietet also allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Schulabgänger, die im Job weiterkommen möchten, sollten sich auf jeden Fall über die Salzburger AG als Arbeitgeber informieren. Derzeit suchen wir verstärkt Elektrotechniker und Kommunikationstechniker. Wie die Bewerbung abläuft, kann man übrigens auf unserer Webseite nachlesen.